Warte mal, gut! Nein! Ja, Marco muss, glaube ich, auch da hochlassen. Ach, der kommt doch nicht mal bis hierher. Lassen wir ihm erst mal zeigen, die überhaupt bis hierher kommen. Ach, die Schnauze. Du hast gerade einen Jump verkackt, der einen Block nach vorne geht, und zwar schräg nach oben. Und da willst du mir erzählen, dass du überhaupt bis hierher kommst, dann lach ich aber. Ich liebe dieses Goofy-Lachen, ne? Das ist aber nicht... Ist das überhaupt Goofy? Ich weiß das gar nicht. Wie ist das Goofy? Hast du keine Kinderbildung, ne? Äh, ich hab zwar früher auch Goofy geg... Leute, ist das echt Goofy mit seinem... Natürlich! Echt? Boah, ich hab so ewig nix mehr geguckt, Alter. Meine Abende bestehen nur noch aus vollkommener Verlöderung auf YouTube durch den Content von zum Beispiel The Big Bang Theory. Boah, das liebe ich auch! Oh mein Gott. NEIN! So, ich muss mich jetzt echt konzentrieren, dass ich dann nicht den Strom abgeklemmt kriege, weil ich dann wieder zu laut rumschrei, ihr wisst es. Kommt! Oh, komm! Jaaaa! Okay. So, wieder Fassung kriegen. Wie ihr seht, Leute, wir sind auf einem... Du musst eh wieder zurückkommen. Weißt du was? Halt einfach dein Maul. Ich bin jetzt wieder am Außen rumjumpen. GP ist letzter, haha. Loy, unverhältnismäßig. So. Ich hasse dieses Wort, ne? Warum hasst du dieses Wort? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, unverhältnismäßig steht nicht mal in nem Duden drinne. Weißt du, was unverhältnismäßig ist? Dass ich nicht mal die ersten vier Jumps schaffe! Konzentrier dich, ja, mit ein bisschen... Wie heißt das hier? Mit Willen und so... Nein, mit dem ganzen Quatsch weißt du schon, was ich meine. Marco weiß nicht mal, wie es weitergeht. Ich muss mal Marco weiterhelfen. Lass dich hier nicht hoch! Oh! Ja! Ich tust hier nicht hoch! Easy! 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 Was denn? Was denn? Okay. Okay. Concentration jetzt hier? Nein! Ich bin on the road to the fire-löscher, you know where I... where I here... where I... what about I'm talking about, ja? Kannst du mir die Fresse halten? Nein. Keine Ahnung, ich muss gerade reden, damit ich mich von meiner Nervosität abdenke. Scheiße, jetzt bin ich beim Todesschirm. Kommst du mal bitte weiter? Ach, du bist bei der Lampe! Bei der... bei der Tischlampe! Jump! Das ist ein Scherz. Ui, der macht dann Abgang. Ne, noch nicht. Also, ich bin bei diesem kleinen Mini-Checkpoint, wo dann runter auf diesen Mini-Nippel fällst. Weißt du, was ich meine? Nein. So weit war ich noch nie. Ach ja, stimmt, da war ja was. Du bist ja scheiße. Ganz moin! Ja, ich möchte diese Stelle mal ganz kurz nutzen, um für die Map-Werbung machen, die ich und Isi gerade bauen. Die wird genauso schwierig, nur etwas länger werden. Also, wenn ihr den Bock drauf habt, ne? Die wird nicht genauso schwierig, die wird einfach ober-mega-hammer-geil-krass. Aber eigentlich müsste ich das jetzt schaffen. Das ist ein Scherz, jetzt will er nicht springen. Egal, ich hab ja meinen kleinen Mini-Checkpoint. Wo bist denn du? Ach, das war's! Nein! Haha! Opfer! Ich bin da runtergelaufen! Nein! Du bist ein Jopfer! Alter, ich bin da runtergelaufen. Ja, jetzt lau ich auch noch da runter beim zweiten Jump, Alter. Oh, ich hab doch die Lähmung mit Löffeln gefressen. Mach mal Eier, ich warte hier auf dich. Wie wär's, wenn du das mal zur Abwechslung selber probierst? Nö. Hä? Nö, ist nicht. Hä? Oh, Mann! Ey, egal was, egal wer derjenige von euch ist, ich hör mich grade doppelt. Das ist für die Aufnahme kontraproduktiv. Darum bitte ich euch dies, schon nichts zu unterbinden, da ihr sonst mit einem Aufnahmestopp bzw. Aufnahmekick rechnen müsst. Danke. So. Genug der Hohenbildung. Jetzt wird's hier ganz klos euer gemacht und so. Guck mal, was ich für eine Nachkampf war, Bitch. Danke. Du, Fischer! Boah, das ist der Blick von deinem Skin dazu hier, der kam einfach so geil rüber, dieses tränende Gesicht, wie du mir so nachgeschaut hast. Äh, Blueboy, bist du überhaupt noch dabei? Äh, ich bin beim Scheiß. Start? Wenn man das da sein soll. Bist du noch beim Start eigentlich? Ja. Marco weiß nicht, wie's weitergeht. Hä? Du bist doch richtig, Marco. Du. Ne, komm mal rein, guck mal wo Marco ist. Hä? Du musst runterfallen, Marco, du bist... Hä? Ich seh den nicht mal. Du bist wieder verarschen. Nein! Marco ist runtergefallen. Ne, guck mal hier, der ist unter uns auf dem Metall. Hä, Leu, wo? Was? Was? Marco, auf dem blauen Metall unter uns, genau unter uns. Da läuft Marco rum. Hä? Ich seh den nicht mal. Du, und da? Jetzt guck nach unten. Hä, ich guck nach unten. Ach, da! Da! Du kommst ja nicht mehr weg, du kannst den Safekill machen. Ich will nicht sterben. Ja, oder entweder du beherrschst den Eggjump, dass du also auf ne Ecke zwei Felder hochjumpen kannst, oder aber du bringst dich um. Nein, nein. Das sind die Optionen. Selbst das bringt dem nicht zu. Wir sind doch auch schon mal runtergefallen. Ja, aber warum wohl? Was denkst du, wie wir da hochgekommen sind? Ich hab dich hochgelassen, hab mich danach umgebracht. Geh mir jetzt mal bitte meine Inkompetenz in Person auf. Mach ich gerade. Nicht nach unten gucken. Du guckst bei der Leiter immer nach oben. Ja? Wenn du immer nach oben guckst, kann gar nichts passieren. Genau. Warte hier hin, du schlägst dich ungefähr hier hin. Und dann jumpst du nach vorne, dass du quasi an der Kante bist. Schaffst du nicht. Und tschüss! Ui! Sehr gut. Nächst mal alle den Chat. Was steht denn im Chat? Ich möchte solche Wörter nicht im TS verwenden, aber die mir bescheiße. War schön, dass ich jetzt hier bei der Aufnahme was zensieren muss, ne? Warum? Wobei ich andererseits schon immer einen richtig gewaltigen Fick auf solche Sachen gegeben habe. Also, who cares? Ganz ehrlich, ich hab so viele Wörter, wie ich hier schon gelassen habe, kann dir doch egal sein. Ist einfach so. Allein schon, guck mal, wenn die Jugend heute schon... Allein schon... Äh, ne. Wer war denn das hier? War das Inscope? Oder wer war... Ne. Wer war denn das, der immer so rumgeraged hat? Ähm... Montana? Ne. Nein. Elotricks, genau, Elotricks. Guck mal, Elotricks Sachen raushaut, wie das einzige, was du mehr nass als ich, ist Baumwolle pflücken, ja? Also, ich glaub, da können wir mit dem Wort Scheiße mal doch Vorlieb nehmen. Kommst du, wenn du jetzt mal wieder runterkommst, will ich ja auch helfen. Ey, nix, bleibst da unten. Pass auf, ja? Probier mal Marco so gut zu coachen, dass er es bis zu dir schafft, ja? Wo bist du denn überhaupt, Marco? Äh, ich bin beim Feuerlöscher. Achso. Also, falls es jemanden interessiert, na, ich bin beim Feuerlöscher. Aber tu das halt natürlich keinen. Oh, Luke, ich seh dich. Wo bist du, Marco? Oh. Hinter dem Grasbrick. Oh, dem Tarnengras, was weiß ich. Oh. 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 Ja. Ich seh deinen Achterhalt. Wo bist denn du, Marco? Du! Mami. Siehst du mich? Ja. Hä? 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 Wo bist denn du? Ich bin rechts gegangen. Ach da! Leul. Oh oh. Dann musst du wieder runterspringen. Oh oh. Komm wir machen das jetzt mal zusammen, Marco. Komm wir machen das jetzt mal zusammen. Nein! Immer noch! Okay. Okay, safe. Safe, 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 safe. Safe, kill. Wo noch sieht's aus? Nur unten! Nein, du musst komplett, also komplett unten. Du musst ja. Okay, jetzt komm mit. Ach du scheiße! Das war zu weit. Ach du scheiße! Ach du scheiße! Ach du fucking scheiße! Schon wieder weiter als sonst? Ach du scheiße! Wie weit bist du denn? Bist du wieder oben in der Kuppel drin? Wenn du einen Plan hättest, wo ich grad bin, Alter! Am Ziel! Nein! Nein! Oh, Alter! Wollte dich doch schlagen! Ach du fucking... Ich... Ey, ich seh' GP! NOOOOO! Ich hab' GP gesehen! Nein! GP kann nix! Nein! Boah, das ist doch jetzt ein Scherz! Jetzt hab' ich den... Boah, Alter! Ich muss ja jetzt mal auf Marco warten. Also Leute, wer dieses Display bis hierhin geschaut hat, was natürlich eh keiner getan hat, deswegen ich das nochmal in die Kommentare setzen werde. Hast du am Freitagnachmittag nächste Woche Zeit? Ich? Ja! Ne, nicht Freitag... Samstag meine ich, Samstag. Samstagabend, so Samstagabend 18 bis... Sagen wir mal 19 bis 21 Uhr. Och Marco, schaffst du's jetzt beide mal? Lass mir grad überhaupt zu. Denn Leute, ich möchte ankündigen, ja, dass dort ein Brickforce-Livestream vonstatten gehen wird. Wir werden diverse Escape-Maps zocken. Ohohohoho, ja, da freut ihr euch richtig drauf, ne? Ey, vergiss es! Und diverse Zombie-Maps. Wir laden euch natürlich herzlich ein Bitzel spielen. Im Namen von mir, Easy und diesem Randy Blueboy. Da sagt er gar nix mehr. Ja, ich überleg' gerade, du hast doch schon mal ein Let's Play mit Blueboy gemacht. Ja... Da hab ich ihn aufs höchste belappt. Okay... Das ist ein Scherz. Ey, ich bin... Ich bin hinter dir. Ey, Blueboy, hatte schon jemand gesagt, dass du den gesamten Verkehr aufhältst? Mach mal Eier. Das ist ja... Boah, Alter, komm jetzt! Hier hin! Wow! Gutes Marco! So, Marco, du! Komm, auf meinen Kopf! Hoch! Hoch! Du musst auf seinen Kopf! Schwimm doch! Gib dir seinen Kopf! Jetzt nach vorne! Oder man springert einfach da runter! Scheiße! Ich hasse das! Oh, Mann, Alter! Und ich guck von oben und denk so, da springt er zu weit, da springt er zu weit, da springt er zu weit, da springt er zu weit! Knopf weg, Bahre! Oh, Mann! Vor allem, ich kann einfach nicht verstehen, ja? Wie man diesen simplen Lampen-Jump einfach verkackt. Heil die Fresse! Du hast keine Ahnung! Gib weh! Sag dir ja, und ich hab dich gerade überholt, indem ich auf deinen Kopf gejumpt bin! Reicht das von... Das ist ein Scherz! Ich glaube, ich sollte aus dieser Map ein absolutes Fail-Best aufschneiden, allein schon meine ganzen Schreie! NEIN! NEIN! Kann ich bitte die Map verlassen? Nein! Das ist B hindert! Die Map... Und was ist denn dann A hindert? Dein Kopf ist A hindert! Was? Bin ich gerade... Kein Kommentar! Kannst du eigentlich ne halbe Stunde Let's Play? Du hast doch ne Meiseite auf so einer Behinderten-Tricks-Kloppen! Hä, hallo? Das geht ja jetzt nicht darum, dass wir guten Content liefern, das geht einfach darum, dass wir jetzt... Naja... Fail-Content liefern! Da sei denn, wenn die Inkompetenz von Easy beim Jump'n'Run sieht, um mehr geht's dir gar nicht! Oh ne Witz! Wenn ich in den letzten 5 Minuten, wenn ich da richtig weit oben sein sollte und runterfliegen sollte, dann werde ich so ne richtigen Urschrei loslassen! Ich muss mich gerade echt zurücknehmen, ihr habt das natürlich nicht mitgekriegt... So wie letztens... Aber vor... Da hast du schon mal so einen Tarzan-Schrei gehabt, ne? Ja! Das Problem war, gerade eben kam schon mein Vater hoch und hat sich beschwert, wenn er mich noch einmal beim Schreien erwischt, dann... Der hat das schon gesagt, ich hab'n Schalter für den Strom und ich werde ihn nutzen! Ach, da find's echt gut, alleine zu wohnen! Noch! Noch! Ja, noch! Ach ja, Marco! Zu dir zieht ja die Freundin, ne? Erzähl, ist sie heiß? Gib's bald die Heirat? Kriegst du Kinder? Lädst du mich zum Traum ein? Bleib mal stehen! Weiß, ja? Wer sagt sie zum Heiraten? Kinder? Keine Ahnung! Nein! Marco steht nur auf benutzen und wegwerfen! Nein! Aber das hast du gesagt, mein Freundchen! Ey, Marco, kennst du diesen Film Der Diktator? Ja! Wenn's dann um die Kinder geht, ist es ein Junge oder ist es eine Abtreibung? Hahahaha! 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 Da gab's Zweiste in dem Film, die Zweite war dann, war dann in irgendeinem Einkaufstender so was ist, hält dann so ein Kind hoch und meint so, es ist ein Mädchenbrick bei dem Mülleimer! Hahahaha! Weißt du, was du auch gucken musst? Nein! Er ist wieder da! Oh ja! Also auf jeden in den Film wollte ich eigentlich schon reingehen! Hahahaha! Boah! Geh Pfähne! Wenn ich bei dir bin, dann... Also ich schätze mal... Na gut, das müsste ja erst nächstes Jahr was werden, glaub ich! Eigentlich die... Alter, ich hab... Ich mache jetzt... Hoch mit dir, sonst krieg ich dich! Also pass auf, ich hab ja jetzt... Ähm... Ab Januar beginne ich dann mit 16,5 theoretischen Führerscheins, da ich dann quasi zum 17. Geburtstag begleitendes Fahren machen darf! Hier lang! Ey! Blue Boy, hier lang! Achso, du bist noch nicht mal 16,5? 16,5 werd ich im Januar! So, turn around! 1,18! Pass auf, der reguläre Weg wäre... Guck! Der wäre hier lang, aber du drehst jetzt mal bitte rum und springst dort hinten, wo Nick ist! Wo sind wir? Noch einen weiter vor und bei dem vor dir ganz auf der Kante! Noch einen weiter vor! Wo ist der? Ich würde jetzt gerne echt so ein Bild von so einem Facepart... Jetzt schneide ich wirklich das Bild von... So, meine lieben Zuschauer, jetzt schneide ich jetzt hier... Das Bild, wie sich jemand eine Hand gegen die Stirn schlägt! So! Das war das Bild! Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt nachfühlen! Ich musste nur noch die Stelle merken, wo die in etwa war, dann schneide ich das da echt rein! Boah, Alter, ohne Witz! Weißt du, ich... Manche haben die Leben mit Löffeln gefressen, du die Inkompetenz! Das... das ist ein Scherz! Ja, aber selber, ne? Ich wollte gerade über Nick drüber springen, in dem Moment springt er selber zu den Leitern und ich bin gekonnt auf die Leiter drauf gesprungen! Ich wusste, dass du das machst, so habe ich das mit Absicht gemacht! Scheiße! Nein! Alter, echt flipp aus! Ey, was ist denn? Ui! Nein! Nein! Oh, warte, ey! Hey, Nick? Ja? Du weißt, was wir am Dezember wieder machen? Saufen? Frauen aufreißen? Ne, Schneeballschlacht in Bridgeforce! Oh, Gott! Ja! Richtig nice! Dann bin ich dieses Mal auch mit dabei! Ey, Nick, tust du mir einen Gefallen? Du bist doch jetzt etwas besserer BO oder DO-Letsplayer geworden. Keine Ahnung, wie mich das spielst. Vielleicht lügt mich auch nicht, ja? Nehme mir den Gefallen, äh, tu mir den Gefallen! Nimm deinen scheiß Fraps, oder was du auch immer für ein Aufnahmeprogramm hast, und nehm dieses Spiel auf! Ich nehm den Mädchen auf! Ich hab... Da haben jetzt viele Aufnahmestunden schon! Ja, dann lass das mal hoch, Alter! Momentan ist nämlich tote Hose! Keine Ahnung, was mit Max ist, ob der wieder... ...zu bekifft ist! Ich kann zur Zeit keine hochladen, weißt du noch? Das ist ein Scherz! Gp, ich hab mich verlaufen! Gp, Team Weaver, Dateiübertragung! Oh nein! Oh nein! Mist! Ey, Leute, ich hab... Kennt ihr zufällig Made My Day of YouTube? Mal so als Frage? Hindert! Also... Nein! Das hast du nicht gesehen! Wehe, du hast es aufgenommen! Ich glaub, ich hab dich da irgendwie auch rechts im Bildschirmrand runterfliegen sehen, aber ich bin mir nicht sicher, was da war! Blue Boy, guck mal über dich! Hehehe! 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 So! Hierhin! Zack! Fuck das... Oh, das ist jetzt ein Let's Play! Fuck da... Egal, das cutte ich einfach raus, wie ich jetzt hier hochkomme! Hehehe! Was soll ich das mit reinnehmen, oder soll ich mich jetzt umbringen? Hehehe! Verpiss dich! Hehehe! Ach egal, komm ich bring mich um, das will ich im Video haben! Weißt du, und dafür opfere ich mein Try! GG, Alter! Alter, da oben ist so ein hammerschwerer Sprung Das ist ein Scherz jetzt Das habt ihr nicht gesehen, Zuschauer Das habt ihr nicht gesehen Das gab ein Leck bei mir, wie ihr alle gesehen habt Ich hab's gesehen, das reicht schon Pass auf Oben kommt so ein hammerschwerer Sprung, bei dem ich verkackt bin Du hast über dir was Und musst zwei Blöcke nach vorn und einen nach links springen Und du hast Äh Äh Warte mal Brain lag Brain lag Achso, jetzt hab ich's Jetzt hab ich's wieder Pass auf, also du hast Ja, ich habe Keine Pausen in meinen Sätzen Ich glaube, ich stelle jetzt mal das Original rein Ey, was machst du denn hier? Ja, du blockst den ganzen Weg, Alter Das ist ein Scherz Meine Meine Konzentration lässt nach Das ist ein Scherz, das ist ein doppelter Scherz Das geht einfach nicht Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Das ist doch mal ein Scheiß Oh, Mann Soll ich dir was sagen, wie du das Video nennen kannst? 30 Minuten Fail auf einer Jump Run Map 30 Minuten Inkompetenz beim Jump Run oder irgendwie sowas? Guck mal runter Nö, du bringst dich jetzt gefälligst selber um, Alter Du kommst ja nicht mal bis hin, wo ich grad bin So Konzentration So Weißt du, die schwersten Jumps von allen, ja Die mach ich so quasi vorbeigehen Aber wenn's ja darum geht, einfach nur gerade auszuspringen, das verkacke ich natürlich Brauchst du ganz schön lange, wisst du das? Soll ich dir was sagen, Alter? Deine Mutter braucht auch ganz schön lange Oh, der war gemein Ja, tut mir leid Ich hab's nicht so gemeint Eigentlich hab ich deinen Vater gemeint Ist doch gut, wenn man lange braucht Du hast keine Ahnung, du bist 60, erst 60 Echt, aber man muss da genießen, ne? Dick, ich könnte jetzt wieder einen Spruch losreißen Nein Das passt jetzt hier nicht Du Wichser Du hast mich ja schon mal gesehen Das haben wir alle gesehen Du hast mich geschobst Geschobst jetzt nicht unbedingt, aber ich habe die Festigkeit deines Koppers mit meinen Füßen überprüft Nick, oder hatte ich die Hauskuh? Nein Ich bin auch runtergefallen Das ist doch ein Scherz Kennst du schon Karma? Nee, was ist das? LGB, wir sind uns doch einig Nix Hauskuh war schuld Ja, ganz eindeutig Soll ich dir was sagen? Aufgrund eines Richtig Aufgrund eines sehr lustigen Textes, den mein Banknachbar gegen eine Mitschülerin verfasst hat Würde ich einfach mal spontan sagen, wir nennen die Hauskuh von Nick Elsa Kuh Elsa Bist du damit einverstanden? Ja, passt auch Hauskuh Elsa Unsere letzte Verse hieß Ilse Von daher Loi Ey, GW, Nick hätte fast gegen eine alte Oma bei Dagobe verloren Gegen was? Wie, Junge? Erstens habe ich nicht mal gegen die gespielt und zweitens habe ich gegen den Spieler gegen den ich der Plan gemacht habe Laberlich, du hast gegen eine 80-jährige Oma verloren Wo? Ich habe nicht mal... Junge, Marco weiß, dass in dem Spiel auf allen anderen Server ist eine Oma, die spielt das, die ist irgendwas mit 80 oder so Und hat einen übelst hohen und ganz dicken Account Also ganz... Alter, einfach alles mit dem Marco dachte, ich habe gegen die gefightet Ich habe nicht gegen die gefightet Und Marco dachte, dass ich knapp verloren habe Ich habe die mit der Hälfte von meinem Schild platt gemacht Das ist ja... Aber ganz ehrlich Ist nicht so als Fresse über Auf der einen... Warte, ey Fresse jetzt Pass auf Nur um jetzt sich mal ganz kurz zu rezitieren Ja, auf der einen Seite meinst du, du hast nicht gegen sie gespielt Auf der anderen Seite meinst du, du hast die mit der Hälfte deiner Rüstung platt gemacht Nein, nein, ich habe den anderen Spieler, gegen den ich da gespielt hatte, wo Marco dachte, dass sie es war Den habe ich mit einem halben Schild platt gemacht Mach Eier, Alter, du hast den Verkehr auf Ja, 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 Nick Nur noch einfach die Seite da drüben Nein Du hast eine arme, 80-jährige alte Dame geplöpft in Dark Orbit Echt so? Junge, was denkst du dir eigentlich dabei? Ganz ehrlich, Karma, fall runter Das ist ein Scherz Ich habe meine Eigel quasi auf den Brick draufgehauen, ja Ich habe ihn schon richtig gespürt Ganz ehrlich, ich glaube der Jump ist nicht mehr möglich Halt die Fresse Guck nach oben Guck nach oben, habe ich gesagt Du, du Nein Alles Gute kommt von oben Nein Das Video ist einfach nur 30 Minuten Jump Run Inkompetenz, mir ist das nicht Wobei wir uns gegenseitig über die beschissensten, behindertsten Themen unterhalten Aber ganz ehrlich, P-Suite macht auch nichts anderes Also wenn die das hinkriegen, kriegen wir das schon lange hin Das ist ein Scherz Halloween kommt bald wieder Hä? Halloween? Ach ja, das ist ja diesen Monat, ne? Halloween Ist das diesen Monat? Wir müssen noch ein Halloween-Special mehr machen Ja, das ist diesen Monat Stimmt Wir haben ja auch ein Halloween-Special Ne, mal im Ernst, war das jetzt diesen Monat oder am nächsten? Ja, das ist diesen Monat Ah, es ist diesen Monat? Okay Oh, ich glaube, am 30. bin ich bei Macht Fun Wüls mich doch verarschen, wir wollten ein Halloween-Special machen Kann ich doch... Neiiiinnnnn Das kann ich doch... Das kann ich bestimmt auch beim Muffin machen, das Halloween Ernsthaft? Bo, Alter Spür die geballte Inkompetenz von Team Jump'n'Run Wow Wir müssen uns wirklich beim Team Jump'n'Run nennen Achso So, ähm, apropos Team Jump'n'Run, ne? Wir könnten eigentlich mal vielleicht auch im Live-Spiele... Ich will... Wir heißen so. Echt mal. Unseren neuen Spielmodus könnten wir mal vorstellen, oder? Hä, welchen neuen... Ach, sowas du meinst. Du hast einmal eine Haus-Code, die uns schlagen muss. Find the goal hab ich dir schon mal erklärt. Schön, dass du mir zuhörst. Du weißt genau, wenn du redest, dann stelle ich mir auch mal aus dem... Sätze, Pausen, Noob. Alter, heute wollte einer aus meiner Klasse wissen, was das Gegenteil von Skiller ist. Noob. Richtig. Was? Ja, der hat mich so gefragt, was ist denn das Gegenteil von Skiller? Und im selben Moment sagt er so übelst geil. Noob. Ach, komm, okay, mach mal Eier. Hast du eigentlich schon mal den aus deiner Klasse, äh, unseren Channel, entfohlen? Entfohlen, ja, mit E-N-T-F, ja? O-H-L-E-N. Entfohlen. Gip, ich bin 19,5. Wenn ich denen sage, die sollen sich mal unsere Videos angucken, lachen die uns aus. Haus. Ist doch egal. Hallo? Solange, dass ich irgendwelche hotten Viber sehen kann, ist das beiden doch egal sein, also. Einer aus meiner Klasse, der hat seinen YouTube-Channel Baker Street, den hat er bis letztes Jahr gemacht. Der hatte 10.500 Abonnenten. Hm, aber ich glaube, wir sollten doch noch nicht mit dem Abo-Channel ankommen, äh, mit unserem Channel ankommen, oder? Was hat denn der gezeigt, COD? Nein, der hat so, der hat so Internet, äh, Werbung, Internet-Nachrichten und so weiter alles gemacht. Oder halt alles möglichen, allen möglichen Scheiß, was gerade zu innen war, weißt du? Was so gerade Mainstreet war. Oh, ich bin ja ohne gut. Was alles gerade so Mainstreet war, hat der immer gemacht. Okay. Und da, da, da... Lol, hast du es geschafft? Nein. Drei, zwei, jetzt mach es, ich zähl runter, ja? Drei, zwei, eins, tot. Behindert. Wie geil das einfach kam, zack, 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 auf der Tastatur. Ähm, ne, jedenfalls, der hat, äh, glaube ich, in der sechsten oder fünften Klasse damit angefangen und hatte dann in der zehnten seine 10.500 Abonnenten. Nicht schlecht. Und der hat jetzt, seitdem er zwölfte ist, hat er damit eher, ich glaube, ich weiß nicht, aufgehört oder Pause gemacht, weil die Schule einfach viel zu viel ist. Natürlich ist da die Schule viel zu viel. Wenn du da noch richtig durchkommst. Guck mal, die, ich kenne keinen einzigen Display, der wirklich regelmäßig Videos macht und gerade im Studium ist. Da, da geht einfach nix, oder generell sowas. Hast du eigentlich schon Abi, Nataschi, ja? Du studierst gerade, korrekt? Nein, ich bin jetzt im letzten Abi, ja. Ab nächstes Jahr studiere ich Mathematik. Okay. Heißt du, hast du dich schon für irgendeinen Beruf, äh, wirklich interessiert? Oder du denkst, das könnte dann das sein? Ich hab da noch drei Jahre erst mal Studium, dann muss ich erst mal gucken, was ich alles so machen kann mit Mathe, äh, mit Mathe-Studium. Jawohl. Meine lieben Freunde, wir sind jetzt noch ein letztes Mal on the road to victory. Wir schaffen das, weil wir einfach hartgeil sind. Warum ist eigentlich Marco die ganze Zeit Platz 1? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen dem Namen. Weil B vor E kommt und dann das G zuletzt. Ja, nur weil du letzter bist. Guck mal, ey, Marco, über dir. Senkrecht über dir, Blue Boy. Gucken. Egal. Nicht so wichtig. So, ich will noch einmal zu diesem Horror-Jump des Todes kommen und den noch ein letztes Mal probieren. Ich werd ihn zwar eh nicht schaffen, aber... Okay, nur Horror-Jump des Todes auf der ganzen Map. Ja, Alter, will ich dich mal bei dem Jump sehen. Also, das ist ein Jump, den ich bisher tatsächlich noch kein einziges Mal irgendwie getriet habe. Warte mal, jetzt muss ich da hinten hin, ne? Da hin. Mal gucken, wie... Mal gucken, wie ich auf die schaffe in 2 Minuten 40 noch zu sterben. Das ist ein Scherz. Ey. Nein! Das ist ein Scherz. Das ist nicht machbar. Ich weiß schon, dass die U-Müps sich an vielen Stellen hat hochhelfen lassen, ne? Ja. Was passiert? Ja, vielleicht ist das... Tut mir leid, ich bin gerade gestolpert und hab da gegen den Tisch geknallt. Und dann hab ich das Frust nochmal draufgeschlagen. Ich muss ihn älzen. Was denn? Das dauert der Laufe. Ach, wie ich jetzt feiere, weil meine Eltern mitten in die Aufnahmen reinplatzen. Betretenes Schweigen. Leute, ihr könnt ruhig reden. Unterhaltet ihr, Zuschauer. Hans, da geht mal in den Rauchen und ihr seid immer noch nicht weiter AGP. Ey, ich hab gerade eben einen Rage-Anfall gehabt. Ey, wir können ja mal eine Abstimmung bei deinem YouTube-Channel machen. Jeder, der dafür ist, dass Rauchen scheiße ist, der schreibt bitte, dass Rauchen scheiße ist. Und jeder, der der Meinung ist, Rauchen ist gut, der schreibt einfach gar nichts rein, damit das Rauchen scheiße gewinnt. Gegenfrage, Nick. Was denkst du, wie viele Leute haben das Video bis zu diesem Punkt geschaut? Ähm, zwei. Das ist optimistisch gesagt, das weißt du, oder? Du weißt schon, dass ich deine ganzen Videos einmal durchgucke. Du selbst? Ja. Okay. Weißt das der Witz, Nick? Du bist im Faszien ein einzelnes Video dabei. Ja, also bei deinen letzten Videos bin ich oft dabei. Hm. Boah, ich weiß noch, die ganz, Alter, ich weiß gar nicht mehr. Der allerersten Co-Kommentator war damals, glaube ich, sogar Vivo. Du hast viele geile Videos damals gemacht, ja. Ach, wie? Das Problem ist, ich vermisse die alle total Vivo, Unholy. Naja, Unholy ist immer so eine eigene Sache. Er hat doch schon wieder sein Handy geschrottet, der Vogel. Hat das? Loi. Loi. Nee, du stehst mir jetzt im Weg. Bis dann, Nick. Tod. Jetzt schaffst du nicht. Ja, nein. Ich war auf den Kasten. LGB, ich hab ne Idee. Wir nennen uns Team Hauskuh. Bin ich auch dafür. Das ist ein gutes Team. Niemand interessiert sich für die... Nein! Echt, weil niemand interessiert sich für die Hauskuh. Kommst du nicht hoch. Das ist ein Scherz jetzt. Noch 14 Sekunden. Komm. Das schaff ich noch. Ich schaff die ganze Map an 14 Sekunden. Pass auf. Echt zu 8? Ich bin wieder runtergefallen. Das ist ein Scherz. Ja, Fly-Hack quasi aktiviert. Ich komm über... Ich komm über... Okay, ich bin tot. Also Leute, das war's zu mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.